Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video gehen wir auf den Versandprozess in JTL-Wawi ein. Im Verlauf des Videos werden wir mehrere Aufträge ausliefern. Die Aufträge sind bezahlt, komplett lieferbar und die Artikel befinden sich alle in unserem Standardlager. Wir wechseln zu Versand, Lieferbare Aufträge. Hier finden wir alle vollständig lieferbaren und bezahlten Aufträge. Außerdem werden hier alle Aufträge gelistet, die in ihrer Zahlungsart die Option Lieferung vor Zahlungseingang aktiviert haben und vollständig lieferbar sind. Die Aufträge hier sind für sich alleine lieferbar. JTL-Wawi prüft in dieser Liste noch nicht, ob sich Aufträge gegenseitig in die Quere kommen können. Wir markieren zuerst alle Aufträge, die wir ausliefern möchten und klicken dann auf Ausliefern. Nun öffnet sich das Auslieferungsfenster. Da wir in diesem Tutorial noch keine Teillieferungen besprechen, wählen wir im Dropdown keine Teillieferungen aus. In der Auftragsliste sehen wir, dass wir nicht problemlos alle Aufträge ausliefern können. Der Auftrag 129 wurde mit einem roten X markiert, was uns zeigt, dass wir den Auftrag aufgrund eines knappen Lagerbestands nur teilliefern könnten. Da wir Teillieferungen aber verboten haben, lässt sich dieser Auftrag nicht ausliefern. Schauen wir uns den Auftrag 129 etwas genauer an. Wenn wir eine Position des Auftrags markieren, werden in der Auftragsliste alle Aufträge gelb gefärbt, die die gleiche Position beinhalten. Wenn wir uns die Position nochmal genauer anschauen, erkennen wir, dass der Auftrag insgesamt zehnmal die Position Zebra Parallelkabel beinhaltet, wir sie aber nur zwölfmal auf Lager haben. Unter Jetzt versenden steht eine 5. Das liegt daran, dass in der Auftragsliste durch die Aufträge, die über Auftrag 129 stehen, von unseren insgesamt zwölf Artikeln, die wir auf Lager haben, nur noch fünf verfügbar bleiben. Sprich, in den Aufträgen darüber werden insgesamt sieben versendet. Im Auftrag 131 erkennen wir anhand der gelben Färbung, dass der Artikel hier auch nochmal vorkommt und anhand des Ausrufezeichens sehen wir, dass wir diesen Auftrag gar nicht ausliefern können, weil wir nicht mehr genug Lagerbestand hätten. JTL-Wawi arbeitet die Liste strikt von oben nach unten ab und der Auftrag, der ganz oben steht, also in unserem Fall 123, wird zuerst mit den verfügbaren Beständen bedient, dann der Auftrag darunter und so weiter. Wir können aber manuell auf die Reihenfolge Einfluss nehmen. Dafür ziehen wir einen Auftrag mit gedrückter linker Maustaste einfach in die entsprechende Position. Wir machen das jetzt mal mit unserem Problemauftrag 129. Wir sehen, dass unser Auftrag 129 jetzt problemlos ausgeliefert werden kann. Da er ganz oben in der Auftragsliste steht, wird er auch als erstes bedient. Wir sehen aber auch, dass dafür jetzt drei andere Aufträge nicht mehr ausgeliefert werden können. Wenn wir uns jetzt den Auftrag 125 anschauen, erkennen wir, dass er nicht mehr ausgeliefert werden kann. Das liegt daran, dass wir den Auftrag 129 höher priorisiert haben und dieser den Artikel zehnmal beinhaltet. Damit haben wir nicht mehr genügend Artikel verfügbar, um Auftrag 125 vollständig auszuliefern. Egal, wie wir die Aufträge verschieben, wir müssten für diese Aufträge mehr Artikel ausliefern, als wir verfügbar haben. Wir müssen also auf die Auslieferung eines dieser Aufträge verzichten, weil wir keine Teillieferungen wollen. Durch die gelbe Hintergrundfärbung wissen wir auch genau, welche Aufträge den gleichen Artikel benötigen. Wir wissen außerdem, dass der Auftrag 129 schon alleine zehn von zwölf unseres begehrten Artikels für sich beansprucht. Wir entscheiden, die Auslieferung des Auftrags auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Dafür markieren wir den Auftrag und machen einen Rechtsklick. Im jetzt geöffneten Kontextmenü wählen wir Auftrag entfernen. Jetzt, da wir den Auftrag 129 nicht mehr bedienen müssen, sind alle Aufträge der Liste komplett auslieferbar. Wir sehen, dass wir die Checkbox Erweiterte Optionen anzeigen aktiv haben. Wenn wir jetzt die Auslieferung der Aufträge mit OK bestätigen, öffnet sich deshalb anschließend das Fenster für die erweiterten Optionen. Wir erkennen, dass sich JTL-Wawi die Ausgabeoptionen für Formulare wie Rechnungen und Lieferscheine von unserer letzten Auslieferung gemerkt hat. Auch das Setzen des Versandstatus wurde von unserer letzten Auslieferung übernommen. Wir hätten auf den Aufruf der erweiterten Optionen verzichten können. Wir nehmen keine Änderungen vor und schließen das Fenster mit einem Klick auf OK. Wir sehen, dass unsere Liste der lieferbaren Aufträge jetzt leer ist. Unter Versendete Lieferscheine finden wir nun alle Lieferscheine zu den von uns ausgelieferten Aufträgen. Die Aufträge haben also jetzt den Status versendet und beim nächsten Abgleich mit unseren Verkaufsplattformen wie eBay oder Amazon würde dieser Status für alle Aufträge an unsere Plattformen übertragen werden. Einen Auftrag haben wir aber gar nicht ausgeliefert. Unser Auftrag 129, den wir aus dem Auslieferungsprozess ausgeschlossen haben, wird nicht mehr unter den lieferbaren Aufträgen gelistet. Für den Auftrag wurde auch kein Lieferschein erzeugt, denn er wurde ja nicht ausgeliefert. Wo finden wir ihn stattdessen? Wir finden ihn unter den teillieferbaren Aufträgen. Wie wir Aufträge teilliefern und welche Möglichkeiten sich dort bieten, schauen wir uns in einem späteren Tutorial an. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich darauf, Sie in unserem nächsten Tutorial begrüßen zu dürfen.